Ein Zuhause bedeutet nicht nur vier Wände und ein Dach. Es ist unser persönlicher Zufluchtsort, ein heiliger Raum, in dem wir Frieden, Sicherheit und Wohlstand suchen. Es ist der Ort, an dem wir unsere Energien nach einem langen Tag wieder aufladen und uns mit dem verbinden, was wirklich zählt. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, wie die Energie deines Zuhauses von den Menschen beeinflusst werden kann, die du hineinlässt? Denk darüber nach. Jedes Mal, wenn jemand deine Türschwelle überschreitet, bringt er seine eigene Energie, Schwingungen und Absichten mit. Manche Menschen strahlen Positivität aus, während andere das gesamte Licht aus dem Raum zu saugen scheinen. Einige inspirieren uns und heben unsere Stimmung, während andere uns niedergeschlagen und erschöpft zurücklassen. Deshalb ist es so entscheidend, wählerisch bei denjenigen zu sein, die wir in unseren Raum einladen. Dein Zuhause ist dein Zufluchtsort, dein sicherer Hafen in dieser chaotischen Welt. Es ist der Ort, an dem du authentisch sein kannst, ohne Masken oder Vorwände. Es ist der Ort, an dem du kostbare Erinnerungen mit deinen Lieben schaffst und von der Zukunft träumst. Den heiligen Raum zu schützen ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Denk an dein Zuhause als eine Erweiterung von dir. So wie du nicht jedem erlauben würdest, in deinen persönlichen Raum einzudringen oder deine Grenzen zu überschreiten, solltest du auch vorsichtig sein, wen du in dein häusliches Heiligtum lässt. Schließlich haben die Energien, die du in dein Zuhause einlädst, einen direkten Einfluss auf deinen inneren Frieden, dein emotionales Wohlbefinden und sogar auf die Familiendynamik. In diesem Video werden wir uns mit diesem wichtigen Thema auseinandersetzen und zehn Arten von Personen erkunden, bei denen du zweimal nachdenken solltest, bevor du sie in dein Zuhause einlädst. Von Störenfrieden bis hin zu Klatschern, Manipulatoren bis hin zu Missbrauchern werden wir verstehen, wie jeder von ihnen die Harmonie deines Zuhauses stören kann und was du dagegen tun kannst. Bleib also dran, denn dies ist eine Diskussion, die du nicht verpassen möchtest. Dein Wohlbefinden und die Heiligkeit deines Zuhauses stehen auf dem Spiel. Menschen mit schlechten Absichten. Es gibt ein altes Sprichwort. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Aber was ist mit denen, deren Absichten weitaus bösartiger sind? Wenn du einer Person mit schlechten Absichten erlaubst, in dein Zuhause zu kommen, lädst du im Grunde Chaos und Zwietracht in dein Leben ein. Menschen mit schlechten Absichten handeln aus Boshaftigkeit und Manipulation. Ihre Motive sind nicht von Freundlichkeit oder Fürsorge getrieben, sondern von dem Wunsch zu nutzen, zu verletzen oder zu kontrollieren. Sie sehen Menschen als Bauern in ihren eigenen perversen Spielen, die nach Bedarf bewegt und geopfert werden müssen. Mit jemandem zu leben, der so ist, ist wie ständig in Alarmbereitschaft zu sein. Du könntest dich bei jeder Aktion fragen, versteckte Motive hinter jedem freundlichen Wort suchen. Es ist ein ermüdender Zustand des Zweifels und Misstrauens, in dem selbst die unschuldigsten Gesten von Verdacht überschattet werden. Aber vielleicht der tückischste Aspekt schlechter Absichten ist, wie sie oft in guten Absichten verkleidet sind. Diese Personen sind Meister der Manipulation und weben Netze aus Täuschung, während sie ihre wahre Natur hinter Lächeln und sanften Worten verbergen. Sie können sich als Freunde, Vertraute oder sogar Lebenspartner präsentieren, während sie heimlich deinen Untergang planen. Die Auswirkungen, eine solche Person in deinem Leben zu haben, können verheerend sein. Es kann zu tiefen emotionalen Traumata, Vertrauensproblemen und einer verzerrten Sicht auf gesunde Beziehungen führen. Du könntest anfangen, an deinem eigenen Urteilsvermögen zu zweifeln und dich fragen, ob du in der Lage bist, Wahrheit von Täuschung zu unterscheiden. In einigen Fällen können die Machenschaften einer Person mit schlechten Absichten sehr reale und greifbare Konsequenzen haben. Sie können deine Beziehungen sabotieren, deine Karrierechancen ruinieren oder sogar deine physische Sicherheit gefährden. Es ist ein toxischer Einfluss, der alle Aspekte deines Lebens infiziert. Wie kannst du also dein Heiligtum vor Menschen mit schlechten Absichten schützen? Der erste Schritt ist, deinen Instinkten zu vertrauen. Wenn etwas zu schön scheint, um wahr zu sein oder wenn die Handlungen einer Person nicht mit ihren Worten übereinstimmen, höre auf dieses Gefühl des Unbehagens. Unsere Instinkte erkennen oft Gefahrenzeichen, lange bevor unser bewusster Verstand es tut. Achte dann auf die verräterischen Zeichen von Manipulation oder Kontrolle. Dazu gehören unter anderem Personen, die dich ständig an dir zweifeln lassen, die versuchen, dich von Freunden und Familie zu isolieren oder die Schuld und Scham nutzen, um dein Verhalten zu beeinflussen. Denke daran, wahre Liebe und Fürsorge heben dich. Sie ziehen dich niemals herunter. Wenn du vermutest, dass jemand in deinem Leben schlechte Absichten hat, scheue dich nicht davor, diese Person zu konfrontieren oder, falls notwendig, dich von ihr zu distanzieren. Es kann unglaublich schwierig sein, besonders wenn es eine emotionale Bindung gibt. Aber denke daran, deine Sicherheit und dein Wohlbefinden müssen immer Vorrang haben. In einigen Fällen kann es notwendig sein, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es von einem Therapeuten, den Behörden oder einer Unterstützungsorganisation. Es ist keine Schande zuzugeben, dass du Verstärkung benötigst, um eine so komplexe und potenziell gefährliche Situation zu bewältigen. Denke daran, dein Zuhause sollte dein sicherer Hafen sein. Es ist ein Ort der Zuflucht, ein Heiligtum gegen die Stürme des Lebens. Lass niemanden mit schlechten Absichten diesen heiligen Raum entweihen. Glaube an dich, vertraue deinen Instinkten und entschuldige dich niemals dafür, alles Notwendige zu tun, um dich zu schützen. Dein innerer Frieden und deine Sicherheit sind unbezahlbar. Wir alle kennen diese Person, die scheinbar ständig eine schwarze Wolke über ihrem Kopf hat. Egal wie sonnig der Tag ist oder wie gut die Nachrichten sind, sie findet immer etwas, worüber sie sich beschweren kann. Diese Personen scheinen sich von Drama und Pessimismus zu ernähren und in ihrer Nähe zu sein, kann physisch und emotional erschöpfend sein. Wenn du einer negativen Person erlaubst, in dein Zuhause zu kommen, ist es, als würdest du einen Energiewampir einladen, die gesamte Positivität aus deiner Umgebung zu saugen. Plötzlich wird dein Zuhause, das einst dein Zufluchtsort des Friedens war, zu einem Ort der Spannung und des Pessimismus. Du könntest dich ständig dabei erwischen, zu versuchen, die Person aufzumuntern oder dich gegen ihre unaufhörlichen Kritiken zu verteidigen. Es ist eine emotionale Last, die niemand tragen sollte, besonders nicht in seinem eigenen Zuhause. Das Problem mit negativen Menschen ist, dass ihre Negativität ansteckend ist. So wie ein Gähnen eine Kettenreaktion auslösen kann, kann sich Pessimismus schnell von einer Person zur anderen ausbreiten. Bevor du es merkst, könntest du dich in einem Kreislauf negativer Gedanken und toxischer Gespräche gefangen finden. Dies erschüttert nicht nur deinen inneren Frieden, sondern kann auch deine Beziehungen zu anderen Familienmitgliedern beeinträchtigen, die ebenfalls dieser negativen Energie ausgesetzt sind. Zudem kann die Zeit, die du mit negativen Menschen verbringst, deine eigene Einstellung und dein Wohlbefinden beeinträchtigen. Studien zeigen, dass Emotionen und Einstellungen ansteckend sind. Wenn du ständig von Negativität umgeben bist, ist es leicht, diese Gefühle zu internalisieren und eine düsterere Perspektive auf das Leben zu übernehmen. Dies kann zu Angstzuständen, Stress und sogar Depressionen führen. Aber was tust du, wenn die negative Person ein nahes Familienmitglied oder ein langjähriger Freund ist? In solchen Fällen kann es keine Option sein, die Bindungen vollständig zu kappen. Du kannst jedoch gesunde Grenzen setzen. Vielleicht beschränkst du die Besuche dieser Person auf besondere Anlässe oder kürzere Treffen. Oder du lenkst das Gespräch sanft um, wenn es einen negativen Ton annimmt. Das Ziel ist nicht, die Person zu ändern. Du kannst die Einstellung einer anderen Person nicht kontrollieren, sondern dein eigenes emotionales Wohlbefinden und die Heiligkeit deines häuslichen Raumes zu schützen. Denke daran, dein Zuhause ist dein Zufluchtsort. Es ist ein Ort, um dich aufzuladen, nicht um dich ausgelaugt zu fühlen. Indem du wählerisch bist in Bezug auf die Energien, die du hereinlässt, priorisierst du dein eigenes Wohlbefinden und das derjenigen, die deinen Raum teilen. Es ist nichts Falsches daran, Abstand von Menschen zu nehmen, die dich ständig herunterziehen. Tatsächlich ist das Setzen dieser Grenzen ein Akt der Selbstfürsorge und Selbstliebe. Also, wenn das nächste Mal diese negative Person an deine Tür klopft, erinnere dich an die Macht, die du hast, die Energie deines Zuhauses zu schützen. Du musst die Negativität einer anderen Person nicht absorbieren. Stattdessen entscheide dich dafür, dich mit Menschen zu umgeben, die dich erheben und inspirieren, die beste Version von dir selbst zu sein. Fülle dein Zuhause mit Lachen, Positivität und Liebe. Das ist die Grundlage für ein glückliches und erfülltes Leben. Aggression, sei sie physisch, verbal oder emotional, hat keinen Platz in einem gesunden Zuhause. Es ist das Gegenteil von allem, was ein Heiligtum sein sollte, ein Ort der Sicherheit, des Friedens und des Komforts. Dennoch können sich manchmal aggressive Personen in unser Leben und in unser Zuhause schleichen und eine Spur von Angst und Zerstörung hinterlassen. Aggressive Menschen handeln aus einem Ort der Wut und Zwang heraus. Sie nutzen Einschüchterung, Drohungen und sogar Gewalt, um zu bekommen, was sie wollen. Mit jemandem so zu leben, ist wie ständig auf Eierschalen zu gehen, ohne zu wissen, was ihre Wut auslösen könnte. Es ist ein ständiger Zustand der Hypervigilanz und des Stresses. Die Auswirkungen von Aggression können tiefgreifend und langfristig sein. Studien zeigen, dass die Exposition gegenüber häuslicher Gewalt, selbst als Zeuge, zu einer Vielzahl von psychischen Gesundheitsproblemen führen kann, darunter PTBS, Angstzustände und Depressionen. Es kann die schulischen Leistungen von Kindern beeinträchtigen, ihre Beziehungen und ihr allgemeines Gefühl der Sicherheit in der Welt. Aber die Auswirkungen von Aggression beschränken sich nicht nur auf die direkten Opfer. Die ganze Familie leidet, wenn Aggression vorhanden ist. Das Zuhause wird zu einem Schlachtfeld, auf dem alle auf Zehenspitzen gehen und versuchen, den Aggressor nicht zu provozieren. Dies kann zu einem Zusammenbruch der Kommunikation, der Verbundenheit und des Vertrauens führen, den Grundlagen einer gesunden Familiengemeinschaft. Der tückischste Aspekt der Aggression ist vielleicht, wie sie sich mit der Zeit normalisieren kann. Wenn du ständig aggressivem Verhalten ausgesetzt bist, beginnt es, normal zu erscheinen, sogar unvermeidlich. Du könntest anfangen, an deinen eigenen Wahrnehmungen zu zweifeln und dich fragen, ob du vielleicht zu empfindlich bist oder irgendwie die Wut des Aggressors provoziert hast. Aber lass mich klarstellen. Aggression in jeglicher Form ist niemals akzeptabel. Sie ist nicht normal, nicht gesund und auf keinen Fall etwas, das jemand in seinem eigenen Zuhause ertragen sollte. Wenn du mit einer aggressiven Person lebst, ist es entscheidend, Hilfe zu suchen. Dies kann bedeuten, einen Therapeuten zu kontaktieren, Unterstützung von Freunden und Familie zu suchen oder sogar die Behörden einzuschalten, wenn du das Gefühl hast, dass deine Sicherheit gefährdet ist. Denke daran, du verdienst es, dich in deinem eigenen Zuhause sicher zu fühlen. Du verdienst es, ohne Angst und Einschüchterung zu leben. Lass dich nicht davon überzeugen, dass du den Missbrauch verursacht oder verdient hast. Die Entscheidung, aggressiv zu sein, liegt ganz beim Aggressor. Wenn du jemanden kennst, der möglicherweise mit einer aggressiven Person lebt, biete ihm deine Unterstützung an. Lass ihn wissen, dass du da bist, um zuzuhören ohne zu urteilen, um bei Bedarf einen sicheren Ort zu bieten und ihn bei der Suche nach Hilfe zu unterstützen. Manchmal kann das Wissen, dass man nicht allein ist, den entscheidenden Unterschied machen. Schließlich bedeutet es oft, sich von einer aggressiven Person zu lösen, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Dies ist kein Versagen, es ist ein Akt der tiefen Selbstbewahrung und des Mutes. Es ist die Wahl, deine eigene Sicherheit, geistige Gesundheit und dein Glück über die Dysfunktionalität eines anderen zu stellen. Denke daran, dein Zuhause ist dein Heiligtum. Es ist ein heiliger Raum, der deine Seele nähren sollte, nicht sie terrorisieren. Indem du gegen Aggressionen vorgehst, forderst du nicht nur dein Zuhause zurück, du forderst dein Leben zurück, Manipulation. Es ist ein Wort, das Bilder von gezogenen Fäden und tanzenden Marionetten ohne Wissen hervorruft. Wenn wir an Manipulation denken, stellen wir uns vielleicht hinterhältige Bösewichte in Filmen vor, die im Hintergrund planen und intrigieren. Aber die Realität ist viel subtiler und leider viel häufiger. Manipulative Menschen können als Freunde, Liebhaber oder sogar Familienmitglieder in unser Leben treten. Und wenn du einer manipulativen Person erlaubst, in dein Zuhause einzudringen, übergibst du praktisch die Zügel deines Lebens. Manipulative Menschen handeln aus Selbstsucht und Kontrollbedürfnis. Ihre Handlungen werden nicht von Empathie oder Fürsorge geleitet, sondern von dem Wunsch, Situationen und Menschen so zu gestalten, dass sie ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen entsprechen. Sie sind Meister darin, emotionale Fäden zu ziehen und nutzen die Unsicherheiten und Verwundbarkeiten anderer aus, um zu bekommen, was sie wollen. Mit jemandem zu leben, der so ist, ist wie in einem ständigen Schachspiel des Geistes, immer versuchend, ihren nächsten Zug zu antizipieren. Du könntest dich dabei ertappen, deine eigenen Wahrnehmungen zu hinterfragen und an deinen Instinkten zu zweifeln. Schließlich sind die Taktiken eines Manipulators darauf ausgelegt, dich an dir selbst zweifeln zu lassen und zu glauben, dass deine Gefühle und Bedürfnisse nicht gültig oder wichtig sind. Vielleicht der heimtückischste Aspekt der Manipulation ist, wie sie sich oft als Liebe und Fürsorge tarnt. Ein Manipulator kann behaupten, seine kontrollierenden Handlungen kämen aus einem Ort der Zuneigung, dass er nur dein Bestes wolle. Sie können Schuld und Scham benutzen, um dich in Schach zu halten, dich ständig fühlen zu lassen, dass du enttäuscht oder nicht genug bist. Die Auswirkungen, mit einer manipulativen Person zu leben, können tiefgreifend und langanhaltend sein. Es kann zu einem Verlust des Selbstwertgefühls, ständiger Angst und sogar Depressionen führen. Du könntest anfangen, den Kontakt zu deinem eigenen Selbst zu verlieren und dein Verhalten ständig so zu gestalten, dass es den Manipulator beruhigt oder zufriedenstellt. Mit der Zeit kann diese toxische Dynamik sogar normal erscheinen. Schließlich sind Menschen Gewohnheitstiere und wir gewöhnen uns an das, was vertraut ist, selbst wenn es schädlich ist. Aber lass mich klarstellen, unter dem Schatten der Manipulation zu leben, ist nicht normal. Es ist nicht gesund. Und es ist sicherlich nichts, was jemand insbesondere in seinem eigenen Zuhause tolerieren sollte. Wie kannst du dein Heiligtum vor manipulativen Menschen schützen? Der erste Schritt ist, die Anzeichen zu erkennen. Achte auf jemanden, der ständig deine Gefühle herabsetzt, der Schuld oder Zwang benutzt, um zu bekommen, was er will, oder der sich an Drama und Konflikten erfreut. Vertraue deinen Instinkten. Wenn etwas falsch erscheint, ist es das wahrscheinlich auch. Beginne dann, klare Grenzen zu setzen und selbstbewusst zu kommunizieren. Mache deutlich, dass deine Gefühle gültig sind und dass du nicht zulassen wirst, kontrolliert oder manipuliert zu werden. Sei bereit, mit Taten zu folgen, selbst wenn das bedeutet, eine Beziehung zu beenden oder den Kontakt zu beschränken. Denke daran. Dein emotionales Wohlbefinden sollte immer eine Priorität sein. In manchen Fällen kann es hilfreich sein, die Unterstützung eines Therapeuten oder Beraters zu suchen. Eine objektive dritte Person kann dabei helfen, Perspektiven zu gewinnen, Bewältigungsstrategien zu entwickeln und den Prozess des Wiederaufbaus des Selbstwertgefühls zu beginnen. Vor allem erinnere dich daran, du verdienst es, mit Respekt, Mitgefühl und Ehrlichkeit behandelt zu werden. Du verdienst Beziehungen, die dich aufbauen und inspirieren, nicht solche, die dich erniedrigen und kontrollieren. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, besonders in deinem eigenen Zuhause. Dein Zuhause ist dein Heiligtum, dein sicherer Hafen in einer turbulenten Welt. Schütze es mit Inbrunst. Umgebe dich mit Menschen, die dich sehen und schätzen, wie du bist, nicht für das, was sie wollen, dass du bist. Und entschuldige dich niemals dafür, dein eigenes Wohlbefinden an die erste Stelle zu setzen. Wir sind am Ende unserer Diskussion über die zehn Arten von Menschen angekommen, die du zweimal überdenken solltest, bevor du sie in dein Zuhause lässt. Ich weiß, dass wir einige intensive und emotional belastende Themen angesprochen haben. Mein Ziel während dieser Diskussion war es, tiefgründige Einblicke und umsetzbare Ratschläge zu bieten, während ich gleichzeitig einen mitfühlenden und ermutigenden Ton beibehalte. Privatsphäre. Es ist ein Wort, das in unserer modernen Welt enormen Wert hat. Mit unseren zunehmend vernetzten Leben durch soziale Medien und Technologie sind die Grenzen zwischen öffentlich und privat unangenehm verschwommen. Und wenn du einem Eindringling in deine Privatsphäre erlaubst, in dein Zuhause einzudringen, werden diese ohnehin schon fragilen Grenzen vollständig zerstört. Eindringlinge in die Privatsphäre sind jene Personen, die glauben, ein angeborenes Recht zu haben, alles über dein Leben zu wissen. Sie sind die Neugierigen, die kein Problem damit haben, in deinen Schubladen zu wühlen, deine E-Mails zu lesen oder deine privaten Gespräche zu belauschen. Sie operieren mit der Überzeugung, dass ihr Informationsbedürfnis dein Recht auf Privatsphäre übertrifft. Mit jemandem so zu leben, ist wie ständig unter Überwachung in deinem eigenen Zuhause zu sein. Du könntest dich immer auf der Hut fühlen, Angst haben, etwas Falsches zu sagen oder zu tun. Aus Angst vor Beurteilung oder Bloßstellung. Es ist eine erstickende Existenz, in der selbst deine intimsten Gedanken nicht wirklich deine eigenen zu sein scheinen. Aber das Eindringen in die Privatsphäre beschränkt sich nicht nur auf den physischen Bereich. Mit dem Aufstieg der sozialen Medien haben Eindringlinge in die Privatsphäre eine neue Plattform für ihre aufdringlichen Taktiken gefunden. Sie könnten die Person sein, die ständig deine Online-Profile durchforstet, Fragen zu jedem Beitrag oder Foto stellt. Oder sie könnten der Typ sein, der ohne dein Einverständnis persönliche Informationen über dich teilt und dein Leben der Welt preisgibt. Die Auswirkungen dieser ständigen Verletzung der Privatsphäre können tiefgreifend sein. Es kann zu Gefühlen der Verwundbarkeit, Angst und sogar Paranoia führen. Du könntest anfangen, dich zu fragen, wem du vertrauen kannst und ob deine Geheimnisse wirklich sicher sind. Mit der Zeit könntest du sogar anfangen, dich selbst zu zensieren, aus Angst vor den Folgen eines authentischen Lebens. Der besorgniserregendste Aspekt der Verletzung der Privatsphäre ist jedoch, dass dies ein Vorbote für noch missbräuchlicheres Verhalten sein kann. Jemand, der deine Grenzen in Bezug auf Informationen nicht respektiert, wird wahrscheinlich auch deine Grenzen in anderen Bereichen nicht respektieren. Es ist ein gefährlicher Schritt in Richtung Kontrolle und Manipulation. Wie kannst du dein Heiligtum vor Eindringlingen in die Privatsphäre schützen? Die erste Verteidigungslinie ist, klare Grenzen zu setzen. Mache ihnen deutlich, dass du deine Privatsphäre schätzt und erwartest, dass diese respektiert wird. Wenn jemand in deine Sachen wühlt oder dich unter Druck setzt, Informationen preiszugeben, die du nicht teilen möchtest, konfrontiere ihn direkt. Was den digitalen Bereich betrifft, achte darauf, dass du deine Datenschutzeinstellungen auf sozialen Netzwerken überprüfst. Sei wählerisch, was du teilst und mit wem. Und wenn jemand dein Vertrauen missbraucht, indem er persönliche Informationen ohne dein Einverständnis teilt, scheue dich nicht davor, ihn zu konfrontieren oder sogar aus deinem Online-Leben zu entfernen. In manchen Fällen kann es notwendig sein, drastischere Maßnahmen zu ergreifen, wie das Abschließen persönlicher Gegenstände oder sogar das Wechseln der Schlösser deines Hauses. Auch wenn das extrem erscheinen mag, erinnere dich daran, deine Privatsphäre ist kein Luxus, sondern ein Recht. Du verdienst es, dich in deinem eigenen Raum sicher und geschützt zu fühlen. Letztlich ist dein Zuhause dein letzter Zufluchtsort. Es ist der einzige Ort, an dem du vollständig und authentisch du selbst sein kannst, ohne Angst vor Überwachung oder Beurteilung. Lass niemanden dir das nehmen. Erinnere dich, es ist keine Schande, Grenzen zu setzen. Es ist keine Schwäche, das zu schützen, was dir wertvoll ist. Indem du deine Privatsphäre verteidigst, forderst du nicht nur deinen Raum zurück. Du ehrst dein angeborenes Recht auf Autonomie und Würde. Ehrlichkeit ist das Fundament jeder gesunden Beziehung. Sie ist der Kitt der Vertrauen, Respekt und gegenseitiges Verständnis zusammenhält. Was passiert also, wenn du einer unehrlichen Person erlaubst, in dein persönliches Heiligtum einzudringen? Es ist, als würdest du ein Haus auf Treibsand bauen. Früher oder später beginnt alles zu zerfallen. Unehrliche Menschen operieren in einem Bereich von Halbwahrheiten, schamlosen Lügen und absichtlicher Täuschung. Sie manipulieren Fakten, um ihren eigenen Agenten zu dienen und hinterlassen eine Spur gebrochener Versprechen und unerfüllter Erwartungen. Mit jemandem zu leben, der so ist, ist wie durch ein emotionales Minenfeld zu navigieren, ohne zu wissen, wem oder was man vertrauen kann. Aber Unehrlichkeit hat Konsequenzen, die über den emotionalen Stress hinausgehen. Je nach Art der Lügen könntest du dich mit rechtlichen oder finanziellen Folgen konfrontiert sehen. Wenn die unehrliche Person in betrügerische oder illegale Aktivitäten verwickelt ist, könntest du durch Assoziation als Komplize betrachtet werden. Dies kann zu kostspieligen Rechtsstreitigkeiten, Geldstrafen und sogar strafrechtlichen Anklagen führen. Selbst wenn die Lügen nicht so extrem sind, können sie dennoch erhebliche emotionale Kosten verursachen. Jedes Mal, wenn du jemanden in einer Lüge erwischst, bricht ein kleines Stück Vertrauen. Im Laufe der Zeit summieren sich diese Stücke, bis das gesamte Fundament der Beziehung kompromittiert ist. Du könntest dich ständig fragen, ob jede Aussage wahr ist, verloren in einem Labyrinth von Zweifeln und Unsicherheiten. Schlimmer noch, das Leben mit einer unehrlichen Person kann anfangen, deinen eigenen Realitätssinn zu beeinträchtigen. Wenn du ständig mit widersprüchlichen Informationen bombardiert wirst, kann es schwierig sein, zu unterscheiden, was real ist und was nicht. Dies kann zu Gefühlen der Desorientierung, Angst und sogar Depression führen. Wie kannst du dein Zuhause und dich selbst vor unehrlichen Menschen schützen? Die erste Verteidigungslinie ist, deinen Instinkten zu vertrauen. Wenn etwas zu schön erscheint, um wahr zu sein oder wenn eine Geschichte einfach nicht zusammenpasst, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wahr ist. Scheue dich nicht, Widersprüche zu konfrontieren und nach der Wahrheit zu fragen. Wenn das unehrliche Verhalten jedoch anhält, könnte es an der Zeit sein, die Beziehung insgesamt neu zu bewerten. Das bedeutet nicht unbedingt, den Kontakt vollständig abzubrechen, obwohl dies in einigen Fällen notwendig sein kann. Stattdessen könnte es bedeuten, klare Grenzen zu setzen und eine gesunde emotionale Distanz aufrecht zu erhalten. Es könnte bedeuten, Interaktionen auf Umgebungen zu beschränken, in denen Ehrlichkeit überprüft werden kann oder Situationen zu vermeiden, in denen Unehrlichkeit schwerwiegende Konsequenzen haben könnte. Vor allem bedeutet es, deine eigene innere Ruhe und dein Wohlbefinden zu priorisieren. Du verdienst es, in einem Raum zu leben, in dem Ehrlichkeit geschätzt und Vertrauen heilig ist. Du verdienst Beziehungen, die auf einem Fundament von Authentizität und gegenseitigem Respekt aufgebaut sind. Gib dich nicht mit weniger zufrieden in deinem eigenen Zuhause. Denke daran, die Wahrheit ist nicht immer einfach, aber sie ist immer notwendig. Indem du für Ehrlichkeit einstehst, selbst wenn es unangenehm ist, schützt du nicht nur die Heiligkeit deines Zuhauses, du schützt die Integrität deines eigenen Lebens. Neid. Es ist ein kleines Wort, das eine immense Bedeutung trägt. Es ist ein Gefühl, das als kleines Flackern beginnt. Ein leichtes Unbehagen angesichts des Erfolgs oder Glücks eines anderen. Doch wenn es unkontrolliert wächst, kann es zu einem verheerenden Feuer werden, das alles auf seinem Weg verschlingt. Und wenn du einer neidischen Person erlaubst, in dein Zuhause einzudringen, lädst du dieses zerstörerische Feuer in dein Leben ein. Neidische Menschen agieren aus einem Gefühl des Mangels und der Unsicherheit heraus. Sie sehen das Leben als Nullsummenspiel, bei dem der Erfolg eines anderen als direkte Bedrohung für den eigenen Wert wahrgenommen wird. Statt deine Erfolge zu feiern, wünschen sie dir insgeheim das Scheitern. Mit jemandem zu leben, der so ist, fühlt sich an, als würde man ständig unter einem Mikroskop der Negativität stehen. Jeder deiner Erfolge wird mit erzwungenem Lob und falscher Freude quittiert. Jeder deiner Misserfolge wird mit schlecht verholener Genugtuung aufgenommen. Es ist ein ermüdender Kreislauf aus Anspannung und Angst, bei dem deine Momente des Stolzes von der Bitterkeit eines anderen überschattet werden. Der tückischste Aspekt des Neids ist jedoch, wie er sich oft als Freundschaft tarnt. Neidische Menschen können sich als Vertraute und Unterstützer präsentieren, während sie insgeheim Wege planen, deinen Erfolg zu sabotieren. Sie können Ratschläge geben, die subtil dein Selbstvertrauen untergraben oder Gerüchte verbreiten, die deinen Ruf schädigen. Die Auswirkungen, eine solche Person in deinem Leben zu haben, können tiefgreifend sein. Es kann zu ständiger Selbstzweifel führen und dich deine eigene Wertigkeit und deine Errungenschaften in Frage stellen lassen. Du könntest beginnen, dich zurückzuziehen, aus Angst ihren Zorn oder ihre Unsicherheiten zu provozieren. Mit der Zeit kann die toxische Präsenz einer neidischen Person sogar beeinflussen, wie du dich selbst siehst. Du könntest ihre abwertenden Kommentare verinnerlichen und glauben, dass du die guten Dinge in deinem Leben vielleicht nicht verdienst. Es ist ein gefährlicher Kreislauf aus Selbstsabotage und Zweifel. Wie kannst du dein Heiligtum vor neidischen Menschen schützen? Der erste Schritt ist, den Neid als das zu erkennen, was er ist. Eine Reflexion ihrer Unsicherheiten, nicht deines Wertes. Der Erfolg und das Glück anderer schmälern nicht dein eigenes. Achte dann auf subtile Zeichen, des Sabotage oder der Abwertung. Dazu gehören Personen, die ständig deine Erfolge herunterspielen, immer einen negativen Kommentar hinter einem oberflächlichen Lob haben oder deine Ziele und Träume untergraben. Denke daran. Wahre Freunde heben dich hoch und inspirieren dich. Sie versuchen nicht, dein Licht zu dimmen. Wenn du vermutest, dass jemand in deinem Leben aus Neid handelt, scheue dich nicht, klare Grenzen zu setzen. Dies könnte bedeuten, den Zugang zu deinen persönlichen Erfolgen zu beschränken oder sogar den Kontakt zu reduzieren, wenn ihre Negativität zu toxisch wird. Denke daran, du bist nicht dafür verantwortlich, die Emotionen oder Unsicherheiten anderer zu managen. In einigen Fällen kann es hilfreich sein, die Person mit Mitgefühl zu konfrontieren. Erkenne an, dass Neid oft tief verwurzelt in Unsicherheit und geringem Selbstwertgefühl ist. Indem du ihnen Zusicherung und Unterstützung anbietest, kannst du helfen, einige ihrer Ängste zu lindern. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass es nicht deine Verantwortung ist, jemanden zu reparieren oder missbräuchliches Verhalten zu tolerieren. Denke daran, dein Zuhause ist ein Ort, um zu gedeihen, nicht um zu verkümmern. Es ist ein Raum, um deine Erfolge zu feiern, deine Freuden zu teilen und uneingeschränkt zu träumen. Erlaube nicht, dass die Bitterkeit eines anderen einen Schatten auf dein Licht wirft. Umarme deine eigene Reise, ehre deine Errungenschaften und umgebe dich mit Menschen, die dir wirklich Erfolg wünschen. Dies ist die Grundlage für ein wahrhaft erfülltes und glückliches Leben. Klatsch, sagte sie, Geflüster in den Ecken, verstohlene Blicke, im Geheimen geteilte Informationen. Wir alle sind in unserem Leben einem oder zwei Klatschmäulern begegnet. Sie sind die Personen, die sich an Dramen und Geheimnissen anderer erfreuen, immer bereit, die neueste skandalöse Nachricht zu teilen. Doch obwohl ihre Geschichten faszinierend sein mögen, kann es, wenn du ein Klatschmaul in dein Zuhause einlädst, eine Büchse der Pandora voller Probleme öffnen. Siehst du, Klatschmäuler gedeihen in der Zwietracht. Sie ziehen eine gewisse Befriedigung daraus, Geheimnisse zu enthüllen und Gerüchte zu verbreiten. Aber was passiert, wenn diese Gerüchte dich oder deine Liebsten betreffen? Plötzlich wird dein Zuhause zu einem Brutplatz für Spekulationen und unerwünschte Urteile. Du könntest dich ständig in der Defensive wiederfinden und versuchen, den Schaden zu begrenzen, der durch böswillige Kommentare verursacht wurde. Das Problem mit Klatsch ist, dass er selten harmlos ist. Was als geflüsterter Kommentar beginnt, kann schnell zu einem Feuer aus Fehlinformationen und Ressentiments werden. Freundschaften können zerstört, familiäre Beziehungen belastet und Vertrauen unwiderruflich beschädigt werden. Alles wegen ein paar unbedachter Worte. Noch beunruhigender ist, dass es schwierig sein kann, dem Ruf als Klatschmaul zu entkommen, sobald man diesen Ruf einmal hat. Menschen könnten anfangen, persönliche Informationen vor dir zurückzuhalten, aus Angst, dass sie zum Gegenstand des nächsten Klatsches werden. Dies kann zu einem Gefühl der Isolation und Entfremdung führen, dem Gegenteil von dem, was ein Zuhause bieten sollte. Was kannst du also tun, wenn du entdeckst, dass ein enger Freund oder ein Familienmitglied ein eingefleischtes Klatschmaul ist? Zunächst einmal setze klare Grenzen, mache deutlich, dass du dich nicht wohl dabei fühlst, das Privatleben anderer zu diskutieren und dass du böswilligen Klatsch in deinem Zuhause nicht tolerieren wirst. Wenn die Person in ihren Klatschgewohnheiten verharrt, könnte es notwendig sein, die gemeinsame Zeit zu begrenzen oder sich nur an öffentlichen Orten zu treffen, wo es weniger wahrscheinlich ist, dass private Informationen geteilt werden. Es ist auch entscheidend, ein Vorbild für die Art der Kommunikation zu sein, die du schätzt. Anstatt dich an klatschartigen Gesprächen zu beteiligen, lenke die Diskussionen auf positivere und konstruktivere Themen. Zeige den Menschen um dich herum, dass du Privatsphäre, Vertrauen und Güte in deinen Interaktionen schätzt. Indem du dieses Verhalten vorlebst, kannst du andere ermutigen, deinem Beispiel zu folgen. Denke daran, Worte haben Macht. Sie können aufbauen oder zerstören, vereinen oder spalten. Indem du einem Klatschmaul erlaubst, in dein Zuhause einzudringen, gibst du ihm praktisch ein Megafon, um Negativität und Zwietracht zu verbreiten. Doch du hast die Macht, einen anderen Weg zu wählen. Dein Zuhause zu einem Ort des Respekts, der Integrität und der authentischen Verbindung zu machen. Wenn also das nächste Mal dieser klatschende Freund zu einem Gespräch vorbeikommt, könnte es an der Zeit sein, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken oder die Einladung insgesamt zu überdenken. Dein Zuhause ist schließlich dein Heiligtum. Schütze es mit der Sorgfalt und Unterscheidungskraft, die es verdient. Sucht, es ist ein Wort, das mit einem schweren Stigma behaftet ist, oft eingehüllt in Scham und Missverständnisse. Wenn wir an Sucht denken, kommen uns vielleicht sofort Bilder von leeren Flaschen oder weggeworfenen Spritzen in den Sinn, aber die Realität ist viel komplexer. Sucht kann viele Formen annehmen, von Substanzen bis zu Verhaltensweisen und sie kann Menschen aus allen Lebensbereichen betreffen. Und wenn du einer süchtigen Person erlaubst, in dein Zuhause einzudringen, lädst du diese Komplexität in dein Leben ein. Menschen mit Süchten handeln oft aus einem Ort tiefen Schmerzes und ungelöster Traumata heraus. Ihre Süchte, ob chemisch oder verhaltensbezogen, dienen als Krücke, um mit überwältigenden Emotionen und Erfahrungen umzugehen. Es ist ein Teufelskreis aus Flucht und Scham, bei dem die gleichen Verhaltensweisen, die den Schmerz lindern sollen, diesen letztendlich aufrechterhalten. Mit jemandem in diesem Kreislauf zu leben, kann emotional und manchmal sogar physisch erschöpfend sein. Du könntest dich ständig auf Zehenspitzen bewegen, aus Angst, ihr zwanghaftes Verhalten auszulösen. Du könntest die Trümmer nach einem Rückfall aufräumen, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Es ist eine anstrengende Achterbahnfahrt aus Höhen und Tiefen, bei der Stabilität immer unerreichbar erscheint. Der schmerzhafteste Aspekt der Liebe zu jemandem mit einer Sucht ist vielleicht das Gefühl der Hilflosigkeit, das oft damit einhergeht. Du könntest verzweifelt versuchen, ihnen zu helfen, sie zu reparieren, sie von ihren Dämonen zu befreien. Aber die harte Wahrheit ist, dass du niemanden zur Veränderung zwingen kannst. Sie müssen diese Entscheidung für sich selbst treffen. Das bedeutet jedoch nicht, dass du völlig hilflos bist. Obwohl du die Handlungen eines anderen nicht kontrollieren kannst, kannst du deine eigenen kontrollieren. Du kannst gesunde Grenzen setzen, deine Bedürfnisse kommunizieren und deine Umgebung schaffen, die Heilung fördert, anstatt destruktives Verhalten zu ermöglichen. Das könnte bedeuten, nicht mehr als Enabler zu fungieren, sie nicht mehr vor den Konsequenzen ihrer Handlungen zu schützen. Es könnte bedeuten, dein eigenes Unterstützungssystem zu suchen, sei es durch Therapie, Selbsthilfegruppen wie Al-Anon oder einen vertrauenswürdigen Freundeskreis. Und in einigen Fällen könnte es bedeuten, die schwierige Entscheidung zu treffen, sich zu distanzieren und anzuerkennen, dass du die Nüchternheit oder psychische Gesundheit eines anderen nicht auf Kosten deines eigenen Wohlbefindens erzwingen kannst. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Distanzierung kein Akt des Verlassens ist, sondern der Selbstbewahrung. Du kannst jemanden nicht effektiv unterstützen, wenn du ständig erschöpft, verbittert oder emotional ausgelaugt bist. Selbstfürsorge ist kein Egoismus, es ist eine Notwendigkeit. Gleichzeitig ist es entscheidend, einer Person, die mit Sucht kämpft, mit Mitgefühl und Empathie zu begegnen. Denke daran, ihre Sucht definiert nicht, wer sie sind. Hinter dem zwanghaften Verhalten steht eine Person, die oft verzweifelt versucht, zurechtzukommen. Indem du Liebe und Verständnis zeigst, selbst wenn du feste Grenzen setzt, kannst du ein Leuchtfeuer der Hoffnung auf ihrem Weg zur Genesung sein. Letztendlich gibt es keine einfachen Antworten, wenn es darum geht, jemanden mit einer Sucht zu lieben. Es ist ein kurvenreicher Weg, voller Rückfälle und emotionaler Höhen und Tiefen. Doch indem du dein eigenes Wohlbefinden priorisierst, Unterstützung suchst und die Situation mit Mitgefühl angehst, kannst du einen Raum für Heilung schaffen, sowohl für sie als auch für dich. Denke daran, dein Zuhause sollte ein Heiligtum sein, ein Ort des Friedens und der Sicherheit. Lasse nicht zu, dass die Sucht eines anderen dir dies raubt. Bewahre deinen Glauben, bewahre deine Grenzen, und bewahre vor allem deine Hoffnung. Genesung ist möglich und jeder Tag bietet eine neue Chance, von vorne zu beginnen. Kontrolle. Es ist ein kleines Wort mit enormen Implikationen. Richtig ausgeübt kann es Struktur und Stabilität bieten. Aber in den Händen von jemandem mit weniger reinen Absichten kann es zu einem Werkzeug der Manipulation und des Missbrauchs werden. Und wenn du einer kontrollierenden Person erlaubst, in dein Zuhause einzudringen, gibst du ihr praktisch die Zügel deines Lebens in die Hand. Kontrollierende Menschen haben ein unersättliches Bedürfnis, jeden Aspekt ihrer Umgebung und der Menschen um sie herum zu diktieren. Sie gedeihen durch die Macht, Entscheidungen für andere zu treffen, überzeugt, dass ihre Art, Dinge zu tun, immer die richtige ist. Mit jemandem zu leben, der so ist, fühlt sich an, als wärst du eine Marionette in deinem eigenen Zuhause. Jede Bewegung von einem manipulativen Meister bestimmt. Kontrolle kann viele Formen annehmen. Sie kann so offensichtlich sein, wie jemand, der dir sagt, was du tragen, mit wem du Zeit verbringen und wohin du gehen darfst. Oder sie kann so subtil sein wie jemand, der ständig deine Entscheidungen herabsetzt, deine Urteilsfähigkeit in Frage stellt oder dich dazu bringt, dich unfähig zu fühlen, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Unabhängig von der verwendeten Taktik ist das Endziel immer dasselbe, dein Gefühl der Autonomie zu untergraben und dich in eine Person zu verwandeln, die vom Kontrolleure abhängig ist. Es ist ein schrittweiser Erosionsprozess, bei dem jede für dich getroffene Entscheidung dich weiter von deinem wahren Selbst entfernt. Die Auswirkungen dieser ständigen Kontrolle können tiefgreifend sein. Sie kann zu Gefühlen der Hilflosigkeit, geringem Selbstwertgefühl und sogar Depressionen führen. Du könntest anfangen, deine eigenen Wahrnehmungen in Frage zu stellen und dich fragen, ob deine Bedürfnisse und Wünsche wirklich gültig sind. Mit der Zeit könntest du dein Selbstgefühl völlig verlieren und nur noch ein Schatten der Person sein, die du einmal warst. Der tückischste Aspekt der Kontrolle ist jedoch, wie sie sich oft als Liebe tarnt. Viele Kontrolleure rechtfertigen ihre Handlungen als Akte der Fürsorge oder des Schutzes. Sie könnten sagen, dass sie sich um dich kümmern und wissen, was das Beste ist. Doch wahre Liebe sucht nicht zu dominieren. Sie sucht zu nähren, zu unterstützen und zu befreien. Was kannst du also tun, wenn du feststellst, dass eine kontrollierende Person in dein Heiligtum eingedrungen ist? Zuerst erkenne an, dass dein Wunsch nach Autonomie nicht nur gültig, sondern lebenswichtig ist. Es ist das, was dich zu einem einzigartigen und wertvollen Menschen macht. Lass niemanden dir dies nehmen. Beginne dann, klare Grenzen zu setzen. Bestehe auf deinen Entscheidungen, selbst wenn sie anfangs klein sind. Sage Nein, wenn etwas für dich nicht richtig erscheint. Erinnere den Kontrolleure daran, dass du ein fähiger Erwachsener bist, der für sich selbst denken kann. Natürlich ist es selten einfach, tief verwurzelte Kontrollmuster zu ändern. Es könnte ständige Anstrengung und möglicherweise sogar professionelle Hilfe erfordern, um eine so tief verwurzelte Dynamik zu durchbrechen. Doch jeder Schritt, den du in Richtung Wiedererlangung deiner Autonomie machst, ist ein Sieg. In manchen Fällen könnte die einzige Lösung darin bestehen, sich vollständig von der kontrollierenden Person zu distanzieren. Dies bedeutet nicht, eine Niederlage einzugestehen. Es bedeutet, den Triumph über dein eigenes Leben zu erklären. Es ist die Wahl der Freiheit gegenüber der Angst, der Autonomie gegenüber der Unterdrückung. Denke daran, Dein Zuhause sollte ein Spiegelbild dessen sein, wer du bist. Es ist ein Ort zum Wachsen, Träumen und Genießen aller Möglichkeiten, die das Leben zu bieten hat. Erlaube niemandem, dein Licht mit seinen eigenen Unsicherheiten und Kontrollbedürfnissen zu dimmen. Letztendlich bist du der Meister deines eigenen Hauses und deiner eigenen Bestimmung. Fordere diese Macht zurück. Umarme deine Autonomie und entschuldige dich niemals dafür, unapologetically du selbst zu sein. So kommen wir zum Ende unserer Reise, in der wir die zehn Arten von Menschen erkundet haben, die du dir gut überlegen solltest, bevor du sie in dein Zuhause lässt. Auf diesem Weg haben wir die Komplexität von negativen, klatschsüchtigen, unehrlichen, aggressiven, kontrollierenden, die Privatsphäre verletzenden, böswilligen, neidischen, abhängigen und manipulativen Personen durchdrungen. Wir haben gesehen, wie jede dieser Personen auf ihre eigene Weise das Fundament dessen, was ein Zuhause sein sollte, ein Heiligtum des Friedens, der Sicherheit und der Authentizität erodieren kann. Aber vielleicht die wichtigste Lektion, die wir aus diesen Diskussionen ziehen können, ist diese. Den eigenen Raum zu schützen, ist nicht nur ein Recht, sondern eine Verantwortung. Dein Zuhause ist eine Erweiterung deiner Selbst, ein Spiegel deiner Seele, negative oder toxische Energien in deinem Zuhause. Wurzeln schlagen zu lassen, bedeutet, sie in dir Wurzeln schlagen zu lassen. Natürlich ist das Setzen von Grenzen und das Schützen deines Heiligtums nicht immer einfach. Es kann unangenehme Gespräche, schwierige Entscheidungen und manchmal sogar gebrochene Herzen erfordern. Aber erinnere dich, der kurzfristige Schmerz, dich durchzusetzen, ist weit weniger bedeutend als die langfristige Qual, in einem durch negative Einflüsse kompromittierten Raum zu leben. Gleichzeitig ist es entscheidend, sich daran zu erinnern, dass der Schutz deines Zuhauses nicht bedeutet, dein Herz zu verschließen. Es bedeutet nicht, jemandem niemals eine zweite Chance zu geben oder jemanden in Not im Stich zu lassen. Aber es bedeutet, wählerisch zu sein. Es bedeutet, auf deine Instinkte zu hören und deinen inneren Frieden über alles zu stellen. Gehe also weiter und behandle dein Zuhause als das Heiligtum, das es ist. Fülle es mit Liebe, Lachen und Licht. Umgebe dich mit Menschen, die dich erheben und inspirieren, die das Beste in dir sehen und feiern. schaffe einen Raum, der dein Wachstum fördert, deine Träume beherbergt und dich immer, immer zu Hause fühlen lässt. Und für deine Zuschauer hoffe ich, dass diese Reise bei euch Anklang gefunden hat. Ich hoffe, sie hat Reflexionen und vielleicht sogar einige unbequeme Wahrheiten angeregt. Aber vor allem hoffe ich, dass sie euch gestärkt hat. Denn am Ende seid ihr die Wächter eurer eigenen Heiligtümer. Ihr habt die Macht eure Häuser und Leben in etwas wirklich Schönes zu verwandeln. Geht also hinaus und umarmt diese Macht. Glaubt an euch selbst, vertraut euren Instinkten und entschuldigt euch niemals dafür, euer eigenes Wohl an erste Stelle zu setzen. Die Welt mag ein chaotischer Ort sein, aber euer Zuhause, euer Herz kann immer ein Ort des Friedens sein. Vielen Dank, dass ihr euch dieser Reise der Entdeckung und Ermächtigung angeschlossen habt. Bis zu unserem nächsten Abenteuer denkt daran. Ihr seid das Licht im Zentrum eures eigenen Universums. Lasst niemals zu, dass irgendetwas oder irgendjemand dieses Leuchten dimmt.